Meine Freundin zeigt mir ihre Kindheitsspiele von früher. Seid mal gespannt! Big Sinkers Kindergarten So, ich glaube wir waren hier... Nein, wir können hier noch durch. Ich bin noch lange, dass ich mich daran erinnern. Das ist sehr gut, ich vernehme. Guten Tag, der Wald. Wie geht's zurück? Oh, hallo! Achtung, da will ich fressen, wer weiß was von hier noch ist. Okay, hier sind zwei Optionen noch für Spiele. Dann gehen wir erstmal den Müll einsammeln. Ich hoffe, das wird ein Spiel sein. Das ist halt auch noch ein Recyclingbind. Wenn ein Item recycelt wird, kannst du es mir geben. Was hat er gesagt? Ähm, das... Hä? Genau. Metall. Ich weiß ja, dass das Metall ist. Ja. Ne, dann war's das. Oh! Da kann ich das zeigen. Ja! Ein Haarbrush! Das ist eine broken Base. Gumm! 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 Eberdänen! Vielleicht gibt es auch nur einen. Gumm! Gumm! Na gut, ich mach noch eine Runde, wenn sie es ja los kann. Was ist das denn? Ein Plastiker? Ach ja, ist ja gut, ich fange bei Ihnen an. Ich kann das auch, aber die Sachen verwirren mich. Es gibt aber nur zwei, wir haben jeden separat. Bio, Papier, gelber Sack. Ich finde das, was wir haben. Es ist einfach nur Plastik und nicht Plastik. Oh, das Papier ist so. Oh, das ist ein Plastik. Ein Plastik. Ein Plastik ist 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 ein Plastik. Ja, das war richtig. Vielleicht ist es nicht angenommen. Siehst du? Ja, das ist ein Thema. Ich denke, wir hören jetzt auf. Danke schön. Ja, ja. Ja, guck irgendwie zwei Sterne, also war's gut. Okay, ich fähre mir noch auf, wenn's am schlimmsten ist. Oh, und sogar noch einen dritten. Also vier. Sie sind einfach brachial gut. Ja, danke. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Kerle, ich bin immer da. Alles in einem Müll einmal zu werfen. Jetzt gehen wir in den Forrest. Mit den Forrest. Mit den Forrest. Oh, schau mal an! Ah, ich glaube, dass da ein Schuh war. Geht mit rein, sein Gestank! Schlecht euch! Oh nein, was kommt jetzt? Oh nein, was kommt jetzt? Welche Dinge da ab da starten mit der Lettere L? L macht den Sound Ooooooooh! Klick auf die zwei Dinge, die mit der Lettere starten. L-I? Hat nur L gesagt? Er hat gesagt, wie ich die Lettere L und dann kommt L-I. Hä? Das ist mein kleines L. Das zweite. Ach so. Mit L... ähm... Sei still! Oh ja! Das ist Klock wahrscheinlich. Von Fee. Na und, das fängt trotzdem mit L an. Huhu... Eule... Äh... Äh... Stich... Weiter... Star... Nee... Puppe... Doll... Tintenfisch. Aber wenn da drauf geht, sag das noch. Sei doch mal still! PUSH! Wer hat das noch mal gesagt? Ich weiß nicht, was was ist. Das beginnt mit dem Sound... Mh... 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 PENSIL! Anfang... PENSIL! PENSIL! Nope... PENSIL! LOCK! LOCK! Ja! Dankeschön! Dankeschön! Pruppe 2. Ich will den Rebound. Sind da alles in seinem Stimme? Toll, jetzt muss es auf Falscher oder... L! Schon wieder? Ja... Ja... Wow! Es ist wie, wir haben die Lotter gewonnen! Congratulations! Viel zu esel... Ne, danke, danke, danke... Ne, ne, danke... Okay, doch was anderes... Was ist das hier? Welche Dinge hier beginnen mit dem Lettten F? F... Das klingt... F... Klick auf die zwei Dinge, die mit dem Lettten starten mit dem Lettten... Flau... 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 Eine schöne Wahl... F... F... Warum sagt er erst... F... F... Ok, danke... Hallo, was ist das? Das müsste ich gar nicht wissen. Was? Cup, das ist eine Tasse. Mond ist... Nein, der klingt mit Moon, okay. Was ist das? Was? Er hat es gerade gesagt, das Spieltag ist beurteilt. Dann kann der Luftwender spielen. Kann ich dir aufgehen? Doch. Nein, wir sind nicht mehr mit Moon. Der mit den Sternen übernimmt. Ohne Hilfe. So, jetzt gehe ich und tschüss. So, dann sind wir in der freien Natur ja fertig. Dann gehts wieder ins Haus. Das war so gut. Genau. Nicht fertig, weil du es mit dem versteckten Spiel hast du nicht in mir bekommen. Das habe ich. Du hast gar keine Sterne bekommen. Ja. 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 Ich weiß, was zu tun ist. Was? Ja, es ist mir klar, dass er irgendwo draußen ist. Hä? Er schiebt irgendwo draußen. Er schiebt irgendwo draußen. Er schiebt irgendwo draußen. Er schiebt irgendwo draußen. Das kann ja überall sein. Nicht hier. Das ist so schwierig. Das kann doch kein Kind wissen. Ja. Irgendwas mit kalt. Wo soll es denn kalt sein? Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Hahaha. All right. Du hast eine weitere Beine. Und eine weitere Beine. Deine erste Beine war, dass er irgendwo draußen ist. Deine zweite Beine war, dass er etwas kalt ist, wo Ben ist. Und deine dritte und letzte Beine ist, dass er auf der weitem Seite dieser Bildung ist. Der Seite ist der Seite, wo ich bin. Das war dein letzte Beine. Dann musst du ihm zeigen, wo du bist. Hier bin ich. Ich bin im Riefer. Im Riefer kann er auch sein? Hä? Sie hat gesagt, wo keine Türen sind. Irgendwas mit kalt und dann auf der rechten Seite. Hä? Was ist denn das für dumme Rätsel? Ja, so. Ich aber... Da kann kein Kind drauf kommen. Okay, was geht. Er ist irgendwo draußen. Er ist irgendwo draußen. Sorry, er muss irgendwo draußen sein. Vielleicht wird eine andere Beine helfen. Deine erste Beine war... Er ist irgendwo draußen draußen. Deine zweite Beine war... Ben ist sehr weiss. Was? Ich verstehe den. Ich muss... Ich weiß nicht, die Stimmen sind so leise. Mal sehen sie gleich. Mal sehen sie che. Ich verstehe. Ich verstehe den nicht. Wenn ist, geht hin rein? Ich verstehe den nicht! Dich gerade streamen. Das ist ein Song. Wen ist, loopLP. Wen ist, get very red, yes get You are GDPRONting Rot now! Okay... Nein, ich tu es alleine hin. Ich muss es alleine schaffen. Kann ich jetzt nicht überhaupt zu dem, der gekrochen hat. Aber ich muss es verstehen. Achso. Between was? Ja. Was los? Was los? Schon wieder nur, dass er irgendwo außerhalb... Ruhe völlig. Ja, das ist natürlich auch hier. Du hast ihn nicht gemeило, dass er noch chỗ hay comentarios ist oder was? Du hast ihn nicht. Du hast ihn nicht gesehen. Er ist nie erklärt. Entstehen... 12olesome. 1�를 20änge. Entstehen Sie uns hier wirklich. Stand Stair Ende. Da ist überall in der Nähe der Riva. Ich mache mich fertig. Ich war so gut in Form. Nein, lass ich nichts probieren. Das geht nicht. Vielleicht ist ein Einführung. Ihr erste Einführung war, Ben ist sehr fröh�. Ihr zweite Einführung war, ist neben der Pastur. Was? Ist neben der Pastur. Ist neben der Pastur? Was ist Pastur? Nein, Ben ist nicht hier! Alright, Sie bekommen eine weitere Einführung, und eine weitere Frage. Ihr erste Einführung war, Ben ist sehr süß. Dein zweites Klub war, er ist neben der Pastur. Und hör auf. Dein dritte Klub ist, er ist neben der Pflanz. Was? Er ist neben der Pflanz. Er ist neben der Pflanz. Scheiße, warte drauf. Wir haben ihn nicht gefunden. Wo bist du, Ben? Ich wusste, das war mein erster Impuls und ich gehe auf den Wald! Nein! Ich guck mal, der ist so schwierig. Das ist so schwierig! Er ist auf der linksseite Seite dieser Bild. Entschuldigung, wir müssen die Menschen! Vielleicht wird noch eine Klub haben. Deine erste Klub war, er ist auf der linksseite Seite dieser Bild. Deine zweite Klub war, viele Menschen leben, wo Ben schiebt. Na gut, ganz klar. Guck mal, was ist so dumm. Das nächste ist das... Was? Ich bin richtig... Ich bin einfach richtig gut! Wie nennt man das nochmal? Wie heißt das Wort? Mitleid. Scheiß drauf, ne? Die haben einfach mal Können endlich akzeptiert. Von dem ganz hin und her, wo sie mich verarschen wollten. So, abwärts wieder in die Hütte. Ich krieg gleich was zu viel. Was haben wir da? Da ging es noch da hinten. Da geht es noch weiter? Ach, nö. Ähm, da gibt's zwei Spielchen. Gut, dann fangen wir mal bei dem Portrait von dir selbst an. Ja, ganz schön eingebildet. Oh Gott. Was ist das so? Ach, kann ich denn da einfach anders aussehen? Hä? Ja, das ist das schönste Portrait aller Zeiten. Guck mal, ist halt deine Mund so hoch. Ähm, nee, warte ganz ruhig. Oh, meine Güte. Ja, perfekt. Dann machen wir mal grüne Haare hier hin. Guter Herr. Ja, wunderschön, oder? Ich hab irgendwie gegeben. Ist das nicht wahr? Okay, kein Problem. Ja, ich bin absolut sicher. Gut, er ist grün. Dann... Was denn dazu? Rote Haare. Ja, machen wir sind fertig. Der Arme? Okay, was ist das so? Ah, gut, sorry. Dann, äh... Irlande Ohren, die... Ja, was? Ja, okay. Dann, äh... Gelbsuchtzunge? Oh, ja, ich will die Schweinsnase. Perfekt, nein, ich will eine andere Farbe. Ähm... Ne, 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 ne. Wäre besser, mach besser. Sooo... Und... Ganz klar... Wie leise nicht wunderschön! Ähm... Ich will ein Bild davon machen. Guck mal, da ist echt nichts. Gut, die Erinnerung bleibt in der Aufnahme. Gut. Das passt alles, das passt alles. Bleibt er jetzt immer so? Ja, ich habe sogar einen Stern bekommen, wenn er sich so wunderschön gemacht hat. Ah, guck, er hat's gemerkt! Ja! Gut, alles klar. Dann war hier noch im Büterlegal. Du liebst ein gutes Buch, ja. Ja, ich liebe ein gutes Buch. Das ist mein Lieblingsbuch. Du kannst die Geschichte über die Stimme klicken, und klicken... A Fairytale. Du... Ja, wollte ich gerade sagen. Leprechaun, Locks for Gold on the other side of the rainbow. Do you see Ben... Ruhe! Ich bin am lesen! Do you see Ben discused as a tree? Das ist geil. Sei still. Du musst... Ich glaube, du musst dir irgendwie Sachen suchen. Nein, ich kann das ändern. Guten Tag. Boah. Du wohnen? Ja. Ja. Der Bär will zu. Was gibt's hier noch? Ja, viel besser. Was können wir noch durcheinander bringen? Sonne brauchen wir nicht. Eindeutig den Fernseher. Blaue See? Nee. Das ist eindeutig der Schleim von Fallgeist. Krabben? Oh ja, geizig. Lassen wir mal. Castles? Ah, wenn wir jetzt doch Geld machen können, das wäre so cool. Pyramids? Langweilig. Musik? Pizza? Ja, das ist okay, oder? Wir finden einen komplett neuen Roboter. Ja, das Ding ist wirklich junger. Ah, nein, der Roboter darf nicht putzig sein. Obwohl doch. Bumblebee, ne? Ist ja auch putzig. Dann, äh, Bingen. Und... Ja, guck mal, das ist wunderschön. Okay, genug Abgabe. Oh, das gibt ja auch Sterne. Babybeam. Ja. Gut, dann gucken wir mal, was im letzten Zimmer noch so ab geht. Hier kann man doch raus? Lol. Oh nein. 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 Das war's mit Old But Gold. Seid nicht traurig. Bald kommt schon der nächste Part. Drahhaat...